Ich hatte damals einen Gemüsestand. Dort haben auch die Taliban eingekauft. Sie kamen und haben mit mir immer wieder über Amerika geredet. So haben sie mein Interesse geweckt. Ich habe Fehler gemacht. Das muss ich akzeptieren. Hätte ich früher gelernt, was ich hier lernen konnte, hätte ich mich nie den Taliban angeschlossen.